Untertitelung des ZDF, 2020 in die Oberliga ganz, ganz nah. Tumor, neu im Team, genauso wie Mazzullo, Mike Piel. Und das 1 zu 0 von Jan Holdack. Muss Jan Holdack nur noch einschieben. Fußball kann so einfach sein. Und ich habe es eben noch gesagt, Ahlen macht einen sehr wachen Eindruck von Beginn an. Stellt vorne zu. Mit der ersten Aktion von Mazzullo schon ein sehr guter Angriff gelungen. Wieder über die linke Seite. Ball bleibt im Spiel, die Fahne bleibt unten. Zweiter Pfosten. Da ist der Ball! Und auch hier kann ich meinen Satz aus Hälfte 1 nur noch wiederholen. Wir können uns kopieren und STRG-V drücken. Denn das 1 zu 1 ist hochverdient. Durch Bulluz, durch Mazzullo und auch viele weitere gute Kontergelegenheiten, die er hätte besser nutzen können. Und jetzt das Privat-Duell 1 gegen 1. Marvin Mika, Marvin Mika oder Robin Brüßicke. Und kurvt ihnen das 2 zu 1. Es braucht nur 2 Minuten, um dieses Spiel in der Liebels Arena zu drehen. Und da gehen die Pyros an. Marvin Mika wird nur jubelt von den eigenen Fans. Macht es in bester Manier. Besser kann man es wirklich nicht machen. Oder gibt es direkt den nächsten Treffer in Lippstadt? Marvin Mika mit dem 3 zu 1. Doppelpark innerhalb von 3 Spielminuten. Es kommt immer dicker. Gerade dreimal gewechselt, Andreas Zimmermann. Und da muss er den nächsten Gegentreffer hinnehmen. Also Oberhausen bleibt auf der linken Seite. Düren stößt an in den weißen Trikots von rechts nach links. Wenn sie es so machen, dann verschieben sie die Düren natürlich gleich mit. Und ab durch die Mitte, da ist es eng. Aber das hat vorhin auch schon mal geklappt. Und es klappt wieder. Und da ist das 1 zu 0 für RBO. Sven Kreier durch die Mitte. Hat er super vorbereitet. Statt über die Seiten kommen sie durch die Mitte. Doppelpass mit Mikkels. Und Kreier zieht mit dem rechten Fuß ab. Sein siebtes Saisontor schon. Sven Kreier die Tormaschine bei RBO. Das dritte Ligaspiel in Folge, in dem er einnetzt. 1 zu 0 für RBO. Nach dem Pokalspiel auch in der Liga wieder da. Und seine Freischüsse sind gefürchtet. Und da ist es 2 zu 0 für RBO. Anton Heinz mit Ansage. Super Freistoß. So kann man sich nach Rotsperre in der Liga mal zurückmelden. Klasse. Tyson kann nur hinterher gucken. Und nach Kreier mit seinem siebten Saisontor legt auch Heinz nach. Sein sechster Treffer in dieser Spielzeit. Auf die beiden ist auch heute wieder Verlass in Oberhausen. Becker jetzt in der Defensive bei Dürren. Muss hier auch wieder hinterherjagen. Muss die Mitte sichern. Kommt da nicht an den Ball. Kreier kann er abschließen. Ja! Und da ist das frühe 3 zu 0 für RBO. Nicht mal eine Minute. War gespielt in der zweiten Halbzeit. Am zehnten Spieltag. Das kann sich sehen lassen. Vorbereitet von Heinz. Auch er mit viel Platz. Die beiden Torschützen zum 1 zu 0 und 2 zu 0 hier im Zusammenspiel. Das ging flott nach dem Seitenwechsel. Das RBO hier die Führung ausbaut. Lunger wäre da gewesen. Jetzt kommt die Flanke auf der anderen Seite von Mikkels. RBO immer noch am Ball. Da wird fleißig gezogen. Aber Vorteil. Und den Vorteil nutzen sie die Oberhausener. 4 zu 0 nach 56 Minuten. Fasnach sieht da auf der linken Seite ist Mikkels. Wird gezogen von Oma Basic. Ist egal. Und toller Kopfball von Christian Merz. Der wieder in die Startelf rückt im Vergleich zum Pokalspiel. Und da ist die erste Möglichkeit für den FC. Und das 1 zu 0. Durch Maximilian Schmid. Die erste Chance. Und das erste Tor. Maxi Schmid schippt den wunderbar über Kilian Neufeld. Wir gucken nochmal drauf. Hier kommt der Steckpass. Und das geht sehr, sehr leicht. Aber den Abschluss. Der ist fantastisch. Von Maximilian Schmid dem 9. Werden nicht wirklich gestört im Spielaufbau. Die beiden Kölner Innenverteidiger. Da haben wir Strauch. Da ist Notback. Da ist wahnsinnig viel Platz. Die nächste Möglichkeit für die Kölner. Und Maximilian Schmid ist wieder zur Stelle. Das geht wahnsinnig leicht. Zweite Chance. Zweites Tor. Und auch das haben wir natürlich in der Wiederholung. Strauch. Im Zentrum ist dann viel Platz. Gar kein Gegnerdruck. Und auch Schmid hat auf der linken Seite vorne nicht wirklich einen Gegenspieler, der eben am Abschluss hindert. Und schon steht es hier 2 zu 0. Nach nicht mal. Ansonsten ist nicht viel weiteres passiert. Das ist eine tolle Aktion. Und das ist der Anschluss. Für die SG Wattenscheid. Was für eine tolle Ballmitnahme. Gucken wir auf die Wiederholung. Das war Julian Meier. Der hier den Ball von Yildiz kriegt. Und das ist fantastisch gemacht. Dann noch die Ruhe zu haben. Den Keeper zu umkurven. Und da muss Matthias Köbing seine 1,96 einsetzen. Um den unten aus der linken Ecke zu fischen. Da ist die Möglichkeit. Und der Ausgleich. Durch Steve Tunga. Die Gäste sind wieder voll im Spiel. Gucken wir drauf. Gab den Einwurf. Einmal verlängert. Und Tunga mit links. Trocken. Keine Chance, sage ich da. Für Matthias Köbing. Platz für Kraus. Mit dem Außenrace. Die Chance. Und das 3 zu 2. Für die Kölner. Pierre. Na, Jumbe. Der Joker sticht. Da sehen wir es nochmal. Felix Kraus. Thomas Kraus mit der Vorlage. Die Fortunen sind auf ihren Posten und werden gleich in den weißen Trikots anstoßen. Die Alemannia in Halbzeit 1 von links nach rechts. Und der Ball auf dem Tivoli rollt. Schwermann, der noch abgefälscht zu Bayeric. Und dafür hat sich der Wechsel dann doch schon gelohnt. Julian Schwermann probiert es aus 20 Metern. Der Ball wird abgefälscht und landet bei Dino Bayeric. Eine glückliche Führung für die Gastgeber, die aber, glaube ich, nicht drüber mehr kann. Gucken wir nochmal drauf. Da. Er ist Schwermann, der den Ball auch noch selber erobert. Dann mit Mut. Es probiert. Und dann ist es halt auch einfach nur irgendwo Glück, dass der abgefälschte Ball vorm Fuß von Bayeric landet. Und der nächste Freistoß. Damaschek da. Ungestüm. Lokoc. Bangso kann den nur ablegen. Und das ist das 1 zu 1. Sascha Make. Und es ist passend. Das ist einer der drei List. Batterilo, Lokoc oder Make, die für die Fortuna treffen. Zweiter Saisontreffer für Sascha Make. Gucken wir jetzt gleich gern nochmal die Wiederholung an. Ob auch Lokoc noch dran war. Okay, da haben wir erstmal die Flanke von Mike Kegel. Lokoc nicht mehr dran. Der Mann aber so entscheidend, dass er da noch reinspringt, dass Bangso eben irgendwie nur noch die Hand reinstellen kann, den Körper. Und der Abpraller landet dann direkt beim Ex-Alemann. Battagela. Tankt sich da durch. Und dann ist, da das 2 zu 1 vorne ist und ein Treffer zählt. Lars Lokoc, vierter Saisontreffer. Und ich habe gesagt, es wird hier nicht beim 1 zu 1 bleiben. Mit Glück, mit Willenskraft, da Arnold Budimbu. Zuerst die Frage, war es vielleicht ein Foul gegen Damaschek und dann die Hacke nach dem Schuss von Marquet. Das, was entscheidend abfälscht, hin zu Lars Lokoc. Und dann werden wir nochmal das Aufeinanderprallen von Budimbu und Damaschek. Und das ist kein Foul, das ist alles regulär. Wenn dann sogar eher noch ein Handspiel von Damaschek. Erstmal gucken wir auf den Beginn dieser Partie. Und los geht's in der Partie. SV Rödinghausen gegen den Wuppertaler. Ein Grund, warum man im Pokal ausgeschieden ist. Man hat ein gutes Spiel gemacht, aber die Chancen einfach nicht genutzt. Und jetzt Wuppertal, vielleicht in der Vorwärtsbewegung. Und Güler, der hat ein bisschen Platz auf der linken Seite. Floppt, man kommt nicht richtig dahin. Güler und das Tor, das gibt's doch gar nicht. 1 zu 0 für die Gäste. Was ein Start in diese Partie für den Wuppertaler SV. Über die linke Seite. Kuruba ist nicht auf seiner Position. Und SDV sah da auch nicht ganz so gut aus. Kein Abseits zeigt der Schrittrichter an. Bravo Sanchez war selbst sehr irritiert. Und jetzt die Möglichkeit. Und das 1 zu 1. Jetzt trifft er. Jetzt trifft er endlich. Aber jetzt müssen wir nochmal auf die Möglichkeit schauen. Planke von Rima auf Passita. Und im dritten Anlauf trifft er hier. Elke Hoffmeier. In die Mitte. Und das 2 zu 1. Das 2 zu 1. Für den SV Rödinghaus nach 57. Die Spielminuten nach einer Standard-Situation. Und wenn ich es richtig gesehen habe. Es ist angerichtet für eine spannende Party zwischen 2 guten Mannschaften. Durfte sie beide schon jeweils einmal begleiten. Gladbach am ersten Spieltag in Kamarinenbaut und Bocholt gegen Ahlen. Die Partie läuft. Gladbach in grün von links nach rechts. Die Gäste aus Bocholt in schwarz von rechts nach links. André Bugler hatte ja das 1 zu 0 gegen Alemanni Aachen gemacht. Mit einem schönen Drehschuss. Erstmal schauen wir auf Asalari. Kursstriem. Asalari. Erste richtig gute Chance. Noch nicht zu Ende. Und dann ist der Ball im Tor. 1 zu 0 für die Borussia. Und das war, na klar, wer denn eigentlich sonst? Semir Telanovic. Und das ist der Riesenfehler, der nicht passieren darf. Telanovic und 2 zu 0. Steffen Meuer. 22. Spielminute. Erst haben sie die Gladbacher auseinandergespielt. Und dann schießen sie sich selber ins Knie mit so einem Fehler. Das darf nicht passieren gegen so eine starke Mannschaft. 2 zu 0. Wir schauen uns nochmal drauf. Ja, und das ist... Dem muss man schärfer spielen, so Querpass. Wenn man den überhaupt spielen sollte. Telanovic mit der nächsten Torbeteiligung. Also der Typ ist echt eine Maschine. Faisalau, Bugler. Obst. Und jetzt muss er mal mit links den Ball bringen. Obst. Gut gemacht. Chance. 1 zu 2. Malek Fakro. Da habe ich ihn eben noch als Phantom bezichtigt. Und dann macht er das Tor. Der Neuzugang des VfB Lübeck. Schauen wir nochmal drauf. Gut von Bugler. Und dann der Rechtsfußobst. Mit der flachen Flanke. Ausrutscher von Michel Lieder. Und dann Fakro. Eiskalt in die kurze Ecke. Beckert. Super gesehen. Die Lücken sind da. Die Chance ist da. Und das 2 zu 2. André Bugler. 42. Minute. Und die Gladbacher passen mal so gar nicht auf in der Defensive. Das ging ja viel zu einfach. 42. Minute. Und soll ich euch was sagen? Das ist verdient. Das ist verdient. Schauen wir nochmal drauf. Der Pass von Beckert. Dann läuft da. Beckhoff ist es glaube ich nicht mit. Nadja macht seinen ersten großen Fehler des Spiels. Und dann muss Brüll rauskommen. Ist dann chancenlos. Und Bocholt holt hier ein 0 zu 2 auf. Locke. Scharfer Ball. Der kommt an. Große Chance. Und jetzt muss er ablegen. Und das ist das Tor. 3 zu 2. Kusch Triem. Hör Salari. 84. Minute. Ich hab's gesagt. Wenn hier ein Team näher dran ist am Tor. Dann sind es die Gastgeber. Und die machen's. Wir schauen uns das nochmal an. Boah schaut euch diesen Ball an. Und dann verschätzt sich Ost. Auf der linken Seite. Klasse abgelegt. 83. Spielminute. Und dann Kusch Triem. Kusch Triem. Kusch Triem. Asalari. Kusch Triem. Asalari. Das DFB. Mit albanischen Wurzeln. Hab ihn fälschlicherweise Kosovare getauft. 3 zu 2. Das meint der nicht ernst. Das meint der nicht ernst. Was ein Debüt. Ben Zich. Entschuldigung. Du arme Sau. 3 zu 3. 85. Minute. Und ein Paradebeispiel dafür. Wie man eine Führung wieder herschenkt. Der Junge wird daraus lernen. Aber das darfst du nicht machen. So auf geht's. Kahn Marienborn in Rot von rechts nach links. Die Fortun in Weiß von links nach rechts. Jetzt der Freistoß. Schröder. Guter Ball. Und der ist drin. Schröder mit der Freistoßflanke. Korsten ist da. Köpft den Ball ein. Klasse Freistoß. Klasse Kopfball. 1 zu 0 für die Fortun. Und das hatte sich ein bisschen angedeutet in den letzten Minuten. Wie gesagt, ein klasse Freistoß hier von Schröder. Bringt ihn da ins Zentrum an den Elfmeterpunkt. Und Korsten, klasse Kopfball. Führung für die Gäste. Schlosser. Adamski verteidigt nach vorne. Boah, hätte man auch faul pfeifen können. Seven ist da. Seven macht das 2 zu 0. Elfauzi mit dem Steckpass. Und Seven ist da. Ja, da ärgern sich die Kerner natürlich. Kiere wird da von Adamski angegangen, der einfach wach ist, der im Zweikampf da ist. Sich den Ball schnappt. Und wir gucken nochmal drauf. Gute Ballannahme da von Seven. Dann bleibt da eiskalt. Mit rechts angenommen, mit rechts abgeschlossen. Elfauzi. Elfauzi versucht da Njemic anzuspielen. Und der wird gefährlich. Njemic hat die Riesenchance und er macht das 3 zu 0. Das gibt es doch nicht. Da kommen die Kerner so gut aus der Halbzeitpause raus. Und dann schlägt Fortuna wiederum eiskalt zu. Und das ist ganz, ganz bitter für Julian Schauerte auf Seiten der Kerner. Der hier einen unglücklichen Kontakt hat. Wir werden es gleich in der Zeitlupe nochmal sehen. Elfauzi mit dem Pass. Und dann Schauerte fälscht das Ding ab. Und dann Njemic tunnelt Jendrush im Tor. Unglücklich sieht er dann natürlich aus, der Keeper. Aber ich möchte ihm da keinen Vorwurf machen. So wurde es zum Torschuss. Und die nächste Ecke kommt direkt. Schauerte. Gebt ihn nochmal rechts raus. Scheldt. Probiert es direkt. Und er kommt gut. Und er ist drin. Scheldt hat den Ball. Der kommt perfekt angerollt für seinen starken Linken. Schauerte spielt den Ball raus. Und dann wird er lang und länger. Und landet im langen Eck. Und es könnte doch nochmal eng werden hier. Hier, wir schauen nochmal drauf. Schauerte. Irgendwie spielt er den da rechts raus. Und dann ist Scheldt da. Und schlenzt den ganz einfach da ins lange Eck. Und ich denke, das wollte er genau so machen. So, und hier ist jetzt natürlich nochmal deutlich mehr Pfeffer drin als vor fünf Minuten noch. So, jetzt geht's los. Der SC Wiedenbrück. Zu Gast beim SV Strahlen. Ball-Gewinn durch Fionuke. Schöner Ball. Da ist Heller. Lässt sich zu viel Zeit. Dünn-Walt-Toran. Oh, die erste Abschluss-Tor. Führt zum Tor. Jaron Vicario. Das müsste die erste Minute gewesen sein. Der perfekte Start. Für Strahlen. Sein erstes Saisontor. Entschuldigung. Sein zweites Saisontor. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja. Und du? Was machst du? Abonnieren. Ja. Ja.